ok leute ihr seht es ich habe Tyrells Mach gefunden eine der beliebtesten Rüstungen aus Diablo 2 ist auch in Diablo 3 vorhanden hier ist sie zwar nicht ganz so gut sie hat zum Beispiel keine Immunität gegen Einfrieren ich glaube das war mit Einfrieren ich weiß nicht mehr genau ab dafür hat es zum Beispiel plus 15% erhöhte Schaden gegen Dämonen also ah ja es hat glaube ich gar keinen Immunität gegen Einfrieren Diablo 2 sollten auch kein Haltbarkeitsverlust also Unzerstörbarkeit heißt es da aber es hat glaube ich noch Eisschaden oder so etwas jetzt kenne ich es nicht also Tyrell eben der Engel der Gerechtigkeit und seine Rüstung heißt Tyrells Macht und siehe es sprach der Engel der Gerechtigkeit sein Urteil zugunsten der Nephilim die Bücher des Jarl Band 3 also super ich bin hier gerade einfach ein bisschen an besseren Sachen Farmen und ähm ich habe zum Beispiel dieses Schwert noch gefunden das mit dem Gem ungefähr 7% mehr Schaden macht als die andere Köle da hat dafür aber eben diese Giftnower nicht mehr aber die war sowieso ein bisschen komisch also sie ging eben in die Luft als ich keine Monster mehr hatte und so dann habe ich das ausgewesselt und ähm wie ihr seht habe ich zwei Paragon Levels schon geschafft ich habe hier mache ich gerade Akt 2 Akt 1 habe ich schon komplett habe aber eben erst diese zwei Unix gefunden plus etwas das ich was ich noch zeigen muss nämlich ein Set Ring habe ich noch ergambelt von dieser Dame wo ist sie hier hier ist sie in diesem Akt und zwar ähm das andere Teil ähm ich glaube es ist die da das da Litonei der Unverdrosselten die zusammen geben 15% MF Chance und ein Skelett das extrem schwach ist dass er nichts geschafft hat und immer wenn der Gegner down mal auch verschwunden ist also nichts gescheites aber immerhin das erste Set komplett fertig jetzt hoffe ich nur dass ich noch ein bisschen mehr finde bis ich morgen wieder aufnehme und ja das war's mit dem kleinen Einblick beim Magic Find Runs bei den Magic Find Runs und ja ah ja ich habe noch ein anderes Teil gekräftet und das war das was wir gefunden haben genau Kettys Arms Schienen haben wir letztens den Ding geschafft ähm ja gefunden und das habe ich eingelöst und gekräftet und das kam dabei raus leider wenig Damage weil Stärke fehlt und irgendwas noch Offensiv-Stat und ja schade aber ja wäre eine gute Möglichkeit gewesen so also dann bis zum Let's Play zum nächsten Part Tschüss Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Repo of Souls ja ich bin jetzt hier in der PTR irgendwas so Beta und wie ihr seht sind ein paar Sachen zurückgesetzt worden weil wahrscheinlich irgendwie Blizzard nicht die neuesten Daten Save-Daten gemacht hat oder so aber kein Problem da tun wir wieder den hier hin so und wir spielen jetzt einfach ein bisschen PTR bis es uns langweilig wird und wie ihr seht ich habe sehr viele Erfolge bekommen irgendwie keine Ahnung wieso ich die bekommen habe vielleicht weil ich sie nicht gehabt habe oder so okay und wir können uns ein neues Lagerfach kaufen das ist jetzt auch neu dazugekommen oh schön jetzt haben wir ein viertes hier können wir noch ein Symbol tun wir hm das ist schwer so ja was gibt es Neues in der PTR es gibt jetzt dieses große Ding ich weiß nicht wie man dort reinkommt die Rifts brauchen nur noch ein von diesen Teilen das ist sehr toll und es gibt ein neues Nephilim oder ein Hellfire Amulett dazu noch ein paar Bugfixes und ähm Balances zum Beispiel wurde der Mönch wieder ein bisschen stärker gemacht und so weiter und ja jetzt habe ich leider die T-Rise Amor nicht die ich ja vor diesem Beginn gezeigt habe und ähm Place a Keystone to open a Nephilim Rift Greater Keystone will open greater Nephilim Rifts will offer more challenges and greater rewards also wir müssen große auch finden für größere Keystones dann machen wir die Case sonst mal hier runter und nehmen einen mit ich will nur einen genau ich will nur einen mitnehmen so dann starten wir mal das genau also die neuen Sachen die sind jetzt auf Englisch weil es noch nicht übersetzt worden ist aber mal schauen wir was uns jetzt hier erwartet ob hier auch irgendwas scantet wurde ich glaube es kam auch ein neues Gebiet ein eine Kanalisation oder so ist das ein bisschen laut ich muss alles leisten viel zu laut dieses Spiel und ja es hat extrem lange gedauert bis ich das gedownodet habe Blizzard ist völlig überlastet ich musste 5 Minuten warten damit ich überhaupt hier ins Spiel reinkomme weil so viele Leute wollen das natürlich austesten das neue PTR die neue Realis Version und ja ich hoffe wir finden einen großen so schnell wie möglich damit ich euch das zeigen kann aber ich werde natürlich vor dem Patch 2.1 schon zurück gehen und dort weitermachen gehen wir in nächstes die nächste Ebene Grüß Gottchen oh die Ding wird jetzt angezeigt das ist auch gut ah ja und der Mauszeiger ist auch nein das habe ich jetzt mal vergessen die Goldklumpchen werden auch angezeigt weil die wahrscheinlich sehr schlecht gesehen worden sind von manchen Spielen weil ich hatte jetzt das Problem nicht so aber ich habe mich auch nie konzentriert auf die Goldstückchen so schauen wir mal wo es hier auch noch weiter geht hm hier nicht was noch zum Neffolim also zum Hellfire Amulett ähm das hat jetzt passive Dinge die zum Charakter passen und zum Beispiel äh passive oder Runen Skills geben und so weiter also mal schauen ob wir das ja so schnell wie möglich holen können aber eben dafür muss ich die Schlüsselwächter töten und das ist nicht gerade leicht weil die nie eigentlich droppen und auch nicht immer da sind ah grüße die Schamanen die sagen hallo dieser Balken ist auch neu designt worden ok Teleport also sein zu mich zu ihm Schleuderteil ich weiß jetzt nicht wie das heißt Vortex genau Vortex heißt das die ziehen einem an sie ran und ja für Fernkämpfer halt nicht so nett aber wir sind so zäh uns juckt das nichts nicht so nett aber wir sind so nett und wir sind so nett und wir sind so nett und wir sind so nett heute ist nicht euer Tag Oh, die Skelett-Bestie will sterben. Neu erscheinen. Okay, jetzt erst nach unten. Hm, mit der Skelett-Bestie plötzlich erschienen ist. Genau, du Bestie stehst jetzt einmal. Und hier haben wir eine neue Stangenwaffe. Ich will nicht mehr Stangenwaffen. Oder Sperre. Nicht? Ja, gut. Oh, die ist besser. Viel besser. Sehr schön. Das können wir hier nicht wieder messen. Aha, haben wir schon himmlische Stärke. Okay. Dann können wir eigentlich auch schon 239. Ich denke mal, ähm, ja. Es wäre besser dann, wenn wir den Feierring holen in einem höheren Schwierigkeitsgrad. In einem höheren Schwierigkeitsgrad das machen. Weil, ähm, dann die Drop-Chance von diesen Fragmenten höher ist. Aber das muss ich also noch nachschauen, wo die Schlüsselwächter überhaupt sind. Ich weiß sie, glaube ich, in allen vier Akten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, der erste ist ein Pfälter des Elends. Neulich im Portal. Was sind das denn? Ah, fängt das wieder neu an. Okay. Da haben wahrscheinlich alle Achievements zurückgesetzt worden. Weil wir ja den Account neu haben auf diesen. Weil es ein eigener Server ist. Deshalb habe ich am Anfang auch so viele Achievements bekommen. Jetzt verstehe ich. Okay. Aber ich würde einfach sagen, dass die Drop-Chance recht gering ist für die Schlüssel. Und dann müssen wir noch zwei Bosse besiegen. Pro FLM-Portal. Oder pro Hellfire-Portal. E-Exam. Hier unten ist nichts. Ja, im zweiten Akt ist die Schlüsselwächter in der Oase. Aber auch eben nicht immer da. Und im dritten Akt ist sie, glaube ich, im zweiten Gebiet auf der Mauer. Also auf der zweiten Mauer. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Mauer heißt. Und im dritten, äh, vierten ist sie im Silberturm da. Wie der Turm heißt. Im fünften Akt gibt es gar keinen wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt kein großes finden, dann gehen wir mal die suchen. Aber da muss ich zu kurz nochmals reingehen, also rausgehen, Schwierigkeitsgrad erhöhen und dann wieder reinkommen. Weil das ja so lange geht. Muss ich es kurz schneiden. Hallo. Hallo. Die Spinne. Die Binderin. Wir machen sehr viel Damage jetzt schon. So. Haben wir ein großes gefunden? Wie sehen die denn aus, die großen? Scheinbar nicht. Hm. Auch kein kleines natürlich. Wahrscheinlich bekommt man die wirklich nur bei Aufträgen. Liebe. Und nicht von Monster. Ich weiß. Ich weiß. Joach. Dann mache ich im zweiten Part die Aufträge. und dann aus dem zweiten Part diese Aufnahme und dann im dritten Part machen wir dann das große Net von dem Portal sollte ich bis dann natürlich ein großes von diesen Schlüsselsteinen gefunden haben der muss dort oben sein dann weiß ich es halt der Sperr sieht nicht schlecht aus aber ist mir nicht neu den habe ich schon ein paar Mal gefunden einfach eine schwächere Version natürlich das wollte ich eigentlich nicht raus raus dann werden wir mal schauen ob die Schlüsselwächter da sind so den hier rein die Engelslügel mal wieder anmachen ich bin nicht ein neues Amulet sodel ähm okay wir könnten sie verkaufen ja okay wir zerstören sie oh bessere Handschuhe aber bringt uns nichts so jetzt können wir nochmals kurz Glücksspiel machen auch wieder mit den Ringen weil ich ja einen Nagelring haben will und zwar hier wie viele haben wir okay acht Ringe schade okay egal die Ringe verkaufen wir jetzt also jetzt holen wir die Sachen also die Schlüsselwächter suchen wir jetzt ich schaue mal hier Steinfort genau und dann ins nächste Werwälde Himmelskrone nein das ist der Steinfort der Steinfort ist diese Gegend suchen wir mal den Schlüsselwächter ob er hier ist sonst ist der Steinfort eben keine Ahnung oh ein Fettsack ist hier oben. Wegen dir stürzt noch die Mauer ein oder was? Hat jemand Probleme mit dem Essen? Zu viel gegessen? Probleme mit dem Gewicht? Geht doch nicht. Ich kann das schon erhöhen. Um 1 kann man das schon erhöhen. Dann haben wir schon mal eine höhere Chance. Hier ist nichts. No, nicht mal wieder ein Fettsack. Ich kann das schon treasures. Ich kann das schon misunderstanding. Dies ist nichtsdiocese, Na, Schlüsselwächter? Ist der hier irgendwo? Ich brauch dich. Ich brauch den Schlüssel von dir. Komm mal hoch. Kommt hier keiner? Okay. Da kommt einer. Kuckuck, Sally. Da wird noch angezeigt, wie viel Geld man in 5 Sekunden oder so angesammelt hat. Das ist auch neu. Aha. Doch mehr neu als ich dachte. Ja, vielleicht kann er hier oben sein. Schlüsselwächter. Ja. 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 noch kurz dorthin hier oben ist nix was ist das da unten? eine Belagerungsbestie hallo Schlüsselwächte sch 27 Vielen Dank. Okay, ich denke, das ist das Falsche. Müssen wir doch zurückgehen. Ja, gehen wir kurz zurück. Ja, da kommt ein Großer. Ah, fährt noch ein. Ich frieh zu oft ein. Haut ab. Ja, hier ist es mehr los. Grüne Goblin kommt mir bekannt vor. Die Fö... Ah, nein, das sind... Das sind Goblins. Also, Gefallene. Okay, unten ist es zerstört. Eine Tür. Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, kann man die Hilfe nicht ausschalten. Account. Gameplay. Ura. Tutorials. Tooltips. Hm, kann man nicht ausschalten. Hm. Defensivwiderstand, bitte. Da oben ist wie so eine Kurzgrube. Dankeschön. Versterben. Ein Lärmbringer weniger. Gebt mir jetzt endlich diesen Schlüsselwächter. Muss doch irgendwo hier sein. Oh, komm, wir haben hier mehr. Nein, die Bissi geht jetzt nicht. Bist du da irgendwo? Dort unten? No. Vielen Dank. Halbtermhaft und elektrisierend ist jetzt nicht so gut, weil wir dann durch die Elektrifizierung immer abhauen, weil das natürlich oft Schaden macht. Scheinbar nicht, also müssen wir eine neue Karte anfangen. Achso, neue Ding. Rausgehen, wieder reingehen. Neuladen. Okay. Das ist nämlich jetzt wieder der Start. Denke ich mal. Ja. Ja. Also kein Schlüsselwicht diesmal hier. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt der Anfang, gut. Dafür geht es noch eine Abschlussruhe. Also dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, hoffentlich. Und ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Und ja, mal schauen, was sich so tut in den großen Nephilimportalen, was sich getan hat. Und in den Höllenfeuerteilen, wo wir jetzt ein Amulett finden, eventuell bekommen wir einen Ring und ein Amulett. Ich weiß es nicht, ich habe da nichts, keine Informationen bekommen. Ja, mal schauen. Also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ich trage Basler. Bye. Bye.